Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. In diesem Video zeige ich euch heute eine nette, schnelle Adventsdeko-Idee. Ganz einfach arrangiert in einer Kugelvase. Hier in dieser Dekoration gibt es mal LED-Kerzen. Hier habe ich eine silberfarbene LED-Kerze reingesetzt und dazu kommen jetzt silberfarbene Walnüsse. Die gebe ich jetzt nacheinander hier in diese schöne Kugelvase. Dann geht es gleich weiter mit einer schönen Lichterkette, die ich dann auf diesen Walnüssen platzieren werde. Dann habe ich mir überlegt, in diese Kugelvase noch ein paar japanische Lärchenzweige mit dazu zu geben. Da leuchtet dann diese schöne Lichterkette zwischendurch. Für diejenigen, die vielleicht kein Adventsgesteck auf dem Tisch haben möchten, ist dies eine nette Alternative. Sehr schnell ist diese Kugelvase dekoriert und dann könnt ihr sie schön auf dem Tisch in der Mitte platzieren und ihr habt doch eine weihnachtliche Stimmung auf dem Tisch. Damit diese Walnüsse doch auch noch etwas zu sehen sind, werde ich an die Seite noch ein paar dazusetzen. Jetzt habe ich diese ganze Dekoration noch auf einer Spitzentischdecke arrangiert, mit meinen Hirschköpfen und noch ein paar LED-Kerzen dazu und auf der linken Seite noch einen Weihnachtsbaum. Ich freue mich jetzt schon wieder über eure Kommentare, was ihr zu dieser Deko meint und würde mich natürlich über ein Like von euch auch sehr freuen. Ihr findet mich übrigens noch auf Instagram, Facebook, Pinterest und TikTok. Dann verabschiede ich mich. Tschüssi, eure Sandra.